Leute, es gibt neue Leaks für Waffen, die in Zukunft in Apex Legends kommen sollen. In Season 22 kommt ja eine neue Map und es könnte tatsächlich sein, dass wir endlich mal wieder eine neue Waffe bekommen. Die letzte ist schon eine Weile her. Zwei sind aktuell in Planung, nee sogar drei. Ich habe vor kurzem erst darüber gesprochen. Ich kann gerne die dritte, die ich im letzten Video oder einer der letzten Videos genannt habe, nochmal zusätzlich nennen. Aber die nächste Waffe ist hoch im Kurs, definitiv schon in Season 22. Spätestens in Season 23 haben wir dann auch die neue Legende. Sehen wir das letzte Video über die neue Legende, die wir alle schon kennen, die wir alle schon mal gesehen haben. Spätestens da, wo auf jeden Fall Vantage mit ins Spiel kam. Wer es noch nicht kennt, das Video schaltet ein paar Videos zurück oder wahrscheinlich sogar das letzte möglicherweise, wenn es nicht gerade ein X-Defined-Video ist. Vorher, habe ich im letzten Video auch schon erwähnt, ganz kurz, das nächste große Fußball-Event steht an. Und wer Bock hat, eine Knabberkiste zu gewinnen, zehn fette Sachen, internationale Sachen sind da drin. Völlig unkompliziert, schreibt einfach das Codewort Gewinn in die Kommentare. Ganz wichtig für alle, die auf TikTok zugucken, dieses Gewinnspiel läuft nur über YouTube. Switch drüber, Link in der Bio, findet ihr, klickt drauf, geht auf das Video oder das letzte Video, da werbe ich auch für dieses Gewinnspiel. Codewort Gewinn reinschreiben. Auf Instagram VeryTasty folgen, als Gewinner wird das überprüft. Natürlich mir folgen am besten auch, damit wir miteinander kommunizieren können auf Instagram und natürlich meinen Kanal abonnieren. Das sollte klar sein. So, weiter im Text. Und zwar sage ich euch erstmal die neuesten Waffen, die geleakt wurden. Es sind ja, das habe ich vor einigen Tagen erzählt, es sind zwei geleakte Waffen rausgeflogen. Das ist die Maelstrom LMG, die so ein bisschen wie die Spitfire war. Ein leichtes LMG, was wahrscheinlich aus den Gamefights geflogen ist und nie kommen wird, weil die Spitfire, wir haben ein leichtes LMG. Was willst du da jetzt? Noch eins reinmachen und noch eins. Und das andere war die Scorpion C, war 60 oder 70, weiß ich nicht. Die konnte mit Pfeilen schießen, ist ebenfalls aus den Gamefights verschwunden. Aber, und das fehlt tatsächlich, muss ich sagen, eine Marksman Rifle, ähnlich wie die Repeater oder die G7 Scout. Es soll eine Energy Marksman Rifle in Entwicklung sein. Wann die kommen, ob die kommen, wie immer mit Vorsicht genießen. Und New Drum Mac SMG, wahrscheinlich eine, ein leichtes, eine leichte SMG, die der Tommy Gun sehr, sehr ähnlich ist. Das Kuriose über die Tommy Gun habe ich in einer der letzten X-Defined Videos erst gesprochen. Diese Art von Waffe soll nämlich demnächst auch in X-Defined kommen, vielleicht schon in Season 1 oder 2. Und so ähnlich könnte die Waffe, zumindest von der Art her, mit diesem Trommelmagazin, was darum geht es hauptsächlich. Ein Trommelmagazin haben wir in Apex Legends noch nicht, ist auf jeden Fall sehr kreativ, wie ich finde. Gibt es eher selten in anderen Shootern. Ich kenne es nur von einer Tommy Gun. Und so eine ähnliche Tommy Gun in Apex Legends klingt ganz cool. Also ein bisschen Konkurrenz zur K oder zur R99, wobei ich mir da vorstelle, wirklich ein verdammt großes Magazin. Sicherlich eine kleinere Feuerrate oder eine hohe mit extrem ekelhaften Rückstoß. Abwarten, Tee trinken, müssen wir mal warten. Und die dritte Waffe, über die ich vor kurzem sowieso schon gesprochen habe, es soll ebenfalls in der Entwicklung eine Go-For-Head-Shots, wurde es genannt, Shotgun. Also eine neue Shotgun, die wohl auch auf Distanz extrem hässlich sein könnte. Die hat wohl irgendwie mit Distanz was zu tun. Mehr ist aktuell nicht bekannt. Mehr Leaks habe ich auch zur Zeit nicht im Petto. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bleibt gesund, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.